Okay, dann würde ich fast sagen, seid ihr soweit? Wollen wir anfangen? Okay, dann begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser Veranstaltung Wir wollen alles verändern, Perspektiven auf Femizide und geschlechtsbasierte Gewalt, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen mit der Gruppe Keine mehr organisiert wird. Für alle, die Keine mehr vielleicht noch nicht kennen, ist sozusagen die kleine Schwester der Neuna Menos-Bewegung in Deutschland, die sich 2017 hier gegründet hat, um das Thema Femizide eben auch hier präsenter zu machen. Wir wollen alles verändern. Als Titel haben wir sozusagen einen der großartigen Slogans der aktuellen feministischen Bewegung in Lateinamerika uns ausgesucht, für die die Proteste gegen Femizide und geschlechtsbezogene Gewalt seit 2015 ein ganz zentraler Angelpunkt waren. Und warum das Thema dort Hunderttausende kämpferisch und selbstbewusst auf die Straßen gebracht hat, während Gewalt gegen Frauen hier eher nur mühsam und langsam ins öffentliche Bewusstsein dringt, ist eine der Fragen, über die wir heute auf jeden Fall nebenan nach vielen anderen Sachen auch diskutieren wollen. Denn es ist ja keinesfalls so, dass das Problem bei uns nicht auch gravierend und erschreckend wäre. Jede dritte Frau erlebt im Laufe ihres Lebens mindestens einmal körperliche oder sexualisierte Gewalt. Und alle zwei bis drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Häufig kommen die Täter aus dem sozialen Nahraum. Genau. Und obwohl diese Gewalt eigentlich überall ist und überall vorkommen kann, wird sie nach wie vor beschwiegen, tabuisiert und sehr häufig als ein privates Problem verharmlost. Vorgestern wurde in Nürnberg eine 63-jährige Frau von ihrem Ex-Mann nach Trennung erschossen. Und sozusagen wie klischeehaft schreibt der Bayerische Rundfunk dazu, tödliches Beziehungsdrama in Nürnberg. Und dann weiter, das Motiv der Tat vermutet die Polizei im privaten Bereich. Es gäbe keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund. Das scheint offenbar so eine Art Beruhigung zu sein oder gemeint zu sein. Also und wie sich all das, der gesellschaftliche Umgang, die Berichterstattung über geschlechtsbezogene und sexualisierte Gewalt, die Strafverfolgung, aber vor allen Dingen, wie sich eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern lassen, die genau diese Gewalt hervorbringen. Ist das Thema heute und dazu haben wir drei tolle Referentinnen, die ich erstens herzlich willkommen heißen möchte und zweitens gerne vorstellen. Das ist, genau, also schön, dass ihr da seid erst mal. Das ist zum einen Christina Klemm. Macht doch mal so, damit alle sehen. Christina Klemm ist Rechtsanwältin in Berlin und verteidigt vor allem Personen, die von sexualisierter, LGBTIQ-feindlicher und rassistisch motivierter Gewalt betroffen sind. Sie arbeitet aber auch politisch zu dem Thema in verschiedenen feministischen Kontexten und war Mitglied in der Expertenkommission zur Änderung des Sexualstrafrechts. Anfang des Jahres hat sie einige der Geschichten von den Frauen, die sie als Anwältin begleitet, aufgeschrieben. Das Buch heißt Akteneinsicht. Christina, möchtest du es hochhalten? Genau. Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt. Ich habe auch eine Version, eine andere. Das ist nämlich auch, was schon ein großer Erfolg ist, finde ich, von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben worden und ist dort sehr günstig für nicht mal fünf Euro zu bestellen. Was vielleicht auch eine wichtige Info ist für euch. Genau. Und als zweites begrüße ich Conny Möhring. Genau. Conny Möhring ist seit 2009 für Die Linke im Bundestag und seitdem auch frauenpolitische Sprecherin der Fraktion. In dieser Funktion arbeitet sie eigentlich zu quasi allen feministischen Themen. Aber jetzt hat sie zuletzt, nämlich genau letzte Woche, zusammen mit anderen Abgeordneten der Linksfraktion einen Antrag im Bundestag eingebracht, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, Femizide in Deutschland zu untersuchen, zu benennen und zu verhindern. So war der Titel des Antrags. Und unter anderem darüber wirst du ja nachher auch uns einiges erzählen. Herzlich willkommen, Conny. Und last not least begrüße ich meine Kollegin Alex Wischnewski. Ich muss auch mal winken, Alex. Genau. Die jetzt aus Buenos Aires mit uns spricht. Und die Tatsache, dass wir die Veranstaltung jetzt nur online machen, hat zumindest den Vorteil, dass Alex auch so dabei sein kann. Es ist zwar insgesamt schade, aber hat jetzt diesen Vorteil. Genau. Alex ist seit Anfang letzten Jahres in der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Leiterin des Programms Globaler Feminismus. Eben mit Arbeitsort in Buenos Aires in Argentinien. Und heute ist sie vor allem hier, weil sie zusammen mit Marlene Padella und Merle Diroff, beide von Keine mehr, diese, wie ich finde, wirklich sehr gute Broschüre genau, auch die, herausgegeben hat, die jetzt ganz frisch erst seit zwei Wochen oder so da ist. Und das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, soweit ich das verstehe, eine der ersten so umfassenderen Publikationen zu Femiziden in Deutschland ist. Genau. Marlene ist außerdem auch hier und wird nachher uns ein bisschen unterstützen, wenn wir in die Diskussion einsteigen und den Chat betreuen. Und da könnt ihr dann nachher auch Kommentare oder Fragen stellen. Genau. Den Titel der Broschüre nochmal nennen. Die Broschüre heißt Keine mehr Femizide in Deutschland. Und kann bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, vielleicht können wir den Link da gleich in den Chat posten, können wir die, kann die bestellt werden. Genau. Und ansonsten begrüße ich jetzt noch Katharin, eine Kollegin, eine weitere Kollegin von mir, die sich aber hier ausgeblendet hat, die netterweise den ganzen technischen Backup macht, ohne den das ja heute Abend nicht möglich wäre. Danke, Katharin. Genau. Und ich selber bin, genau, mein Name ist Barbara Fried. Ich arbeite in der Rosa-Luxemburg-Stiftung als stellvertretende Leiterin des Instituts für Gesellschaftsanalyse und als Redakteurin der Zeitschrift Luxemburg. Genau. So, jetzt, bevor wir in die Debatte einsteigen, muss ich noch so ein paar technische Hinweise sagen. Ich sage das jetzt, was ich vorhin gesagt habe, nochmal, falls noch neue Leute dazugekommen sind. Die Veranstaltung findet jetzt hier in dem Zoom-Meeting statt, aber darüber hinaus wird sie auf YouTube gestreamt. Und dort ist leider alles zu sehen, was jetzt hier zu sehen ist. Also, wenn ihr nicht da zu sehen sein wollt, müsstet ihr euer Bild ausmachen. Ansonsten könnt ihr es sehr gerne auch anlassen. Genau. Falls, das sage ich jetzt an die Leute, die uns eventuell über YouTube zugucken, falls ihr lieber in das Zoom-Meeting wechseln wollen würdet, weil ihr dann hier nachher euch auch persönlich an der Diskussion und nicht nur über den Chat an der Diskussion beteiligen könntet, dann könnt ihr das jetzt noch machen. Der Link ist in den Kommentaren von YouTube auch drin. Also, dann könntet ihr euch jetzt hier auch noch einwählen. Genau. Und wie wir das nachher mit der Diskussion machen, das sage ich dann nachher nochmal. Vielleicht noch eine letzte Vorbemerkung, bevor wir einsteigen, ist, dass wir zeichnen das auf, also beziehungsweise der Stream auf YouTube bleibt dann dort immer auch sichtbar bestehen. Beziehungsweise wir stellen vielleicht die Aufzeichnung davon dann auf unsere Website. Also nur auch das, damit ihr das wisst. Und falls ihr jetzt, also falls ihr dann nicht selbst Fragen stellen wollt, könnt ihr das im Chat machen. Okay, genau. Wir machen jetzt so zwei Runden sozusagen auf unserem virtuellen Podium und öffnen dann für alle die Diskussion. Christina, dich würde ich gerne als erstes bitten, uns was zu erzählen. Und zwar über dieses Buch, was ich gerade schon erwähnt habe. Wenn ich das, also jetzt mal abgesehen davon, dass die Bundeszentrale es schon rausgebracht hat, was ich wirklich beeindruckend fand, hatte ich auch sonst den Eindruck, dass es extrem breit rezipiert wurde. Trotz oder wegen Corona, keine Ahnung. Also Veranstaltungen haben ja wahrscheinlich nicht so viel stattgefunden, aber ich habe extrem viele Besprechungen und Podcasts und so weiter und so weiter. dazu gesehen. Das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Das heißt, es scheint ja ein großes Interesse doch an dem Thema zu geben. Vielleicht ändert sich da jetzt gerade was. Vielleicht kannst du uns einfach so als Einstieg ins Thema erst mal sagen, was war deine Motivation für das Buch? Um wen geht es da drin eigentlich? Also wer sind die Frauen, die bei dir Hilfe suchen? Und so ein bisschen insgesamt, wie sieht sie eigentlich aus, so die Realität geschlechtsbezogener Gewalt in Deutschland, damit wir so einen ersten Einblick kriegen? Ja, hört man mich jetzt? Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und genau, so ein bisschen was über die allgemeine Situation zu erzählen, dann brauche ich, glaube ich, fünf Stunden für mich alleine. Deswegen erzähle ich mal kurz was über das Buch. Ich bin ja Rechtsanwältin, ich bin Pfarranwältin für Familienrecht und Pfarranwältin für Strafrecht. Das heißt, ich mache auch ganz viel an dieser Schnittstelle, wenn es ums Familienrecht auch geht. Und ich vertrete unglaublich viele Frauen, die in Frauenhäusern sind. Und ich mache das seit mehr als 20 Jahren schon und hatte immer das Gefühl, ich erlebe da so tolle Geschichten auch, also so sehr beeindruckende Geschichten. Diese Betroffenen sind wirklich häufig großartig und ich hatte immer das Gefühl, das bleibt so bei mir. Das bleibt bei mir und die Struktur davon, die wird nie berichtet. Und auch wenn wir das in den Medien hören eben, dann geht es immer um Familiendramen oder es gibt immer so eine kurze Notiz. Aber was eigentlich wirklich passiert und zwar von Anfang bis Ende. Also wenn wir auch im Fernsehen Frauenmorde, ja, da kommen die Frauen ja immer nur als Leichen vor eigentlich und selten hört man mal etwas über ihre Geschichte. Und mir ging es darum, und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, das sehr viel sichtbarer zu machen, den Betroffenen eine Stimme zu geben und auch in, also das zum einen auch zu erzählen, wie ist dann die justizielle Aufarbeitung dieses Geschehens und wie leben die Betroffenen weiter? Also wie geht es ihnen danach und wie unterschiedlich ist das eben auch? Und ich habe ja eine Form gefunden für dieses Buch, da habe ich lange nachgesucht, indem ich eben immer diese Geschichten erzähle, die ja nicht echte Geschichten sind, sondern nachgebildet von vielen verschiedenen Geschichten und die erzähle ich tatsächlich in einer erzählenden Form. Also es ist, glaube ich, auch relativ spannend, das zu lesen. Und dazwischen schiebe ich ein, tatsächlich juristische Bewertungen, gesellschaftliche Bewertungen, Zahlen, all das, um das zu dokumentieren. Worauf es mir auch ankam, ist, dass es nicht nur um Gewalt im sozialen Nahraum geht, sondern auch darum, dass Gewalt eben in allen verschiedenen Formen vorkommt, geschlechtsspezifische Gewalt. Und das ist vielleicht auch eines dieser Themen. Es heißt dann immer, jeden dritten Tag wird, oder zweiten bis dritten Tag in Deutschland, wird eine Frau von ihrem Ex-Partner oder Partner getötet. Da sind ja noch nicht alle Femizide drin, sondern was wir haben, das Einzige, was wir bisher haben, ist eine Aufstellung der Frauen, die im sozialen Nahraum getötet werden oder auch die Gewalt gegen die Frauen. Aber ansonsten haben wir sie überhaupt nicht aufgezählt. Und darauf kam es mir auch an, also zum einen die verschiedenen Bereiche. Also es geht in meinem Buch um, also da ist auch die Geschichte eines Femizids und über Partnerschaftsgewalt oder eine Vergewaltigung in einer Beziehung. Aber es geht auch um Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt in politischen Auseinandersetzungen. Es geht um eine Geschichte um Polizeigewalt, um eben das ganze Spektrum abzudecken. Auch weil ich finde, es ist gerade in der politischen Auseinandersetzung unglaublich wichtig, das zu betonen im Moment, wie stark antifeministische Kräfte wirken und wie weit sie verbreitet sind. Wir haben vor ein paar Tagen, gab es ja diese Mittelstudie, da hieß es, jeder vierte Mann in Deutschland hat ein gefestigtes antifeministisches Weltbild. Also wie wichtig das ist, auch bei terroristischen Anschlägen im Moment. Und genau, darum ging es mir. Und vor allem auch, weil ja das Ausmaß der geschlechtsspezifischen Gewalt so riesig ist, aber die Diskussion darum eben immer noch so gering. Und ich würde dir auch zustimmen, dass das Buch sehr rezipiert worden ist. Meine persönliche Wahrnehmung war auch eigentlich, dass insgesamt sogenannte häusliche Gewalt in den letzten Monaten immer wieder Thema war, gerade im Zusammenhang mit der Pandemie. Es gibt aber Studien dazu, die sagen, das war überhaupt nicht so, sondern tatsächlich haben eigentlich frauenspezifische Themen weiterhin abgenommen, auch in der Pandemie. Es gab da keine besonders große Aufmerksamkeit für. Und meine Befürchtung ist auch ein bisschen, dass wenn das Thema wieder weg ist, dass es dann heißt, naja, wenn überhaupt, dann war das eben so ein Problem in der Corona-Zeit. Aber das ist schon vorher. Oder diese neuen Zahlen, die wir jetzt gerade bekommen haben, das sind ja alles Zahlen, die wir hatten, also die Zustände beschreiben vor den Ausgangsbeschränkungen. Und die sind so riesig, wie es jetzt sein wird, wissen wir alle noch nicht. Okay, danke dir. Vielleicht bevor wir gleich zu Alex kommen, noch, also klar kannst du jetzt nicht in ein paar Minuten das gesamte, die gesamte Konstellation darlegen, aber ich würde es schon toll finden, wenn du vielleicht noch ein paar Sätze sagst, zu wer sind eigentlich die Frauen? Also wo kommt es vor? Wen betrifft es? Gibt es da Unterschiede? Und vielleicht auch, wer sind eigentlich die Täter? Wissen wir darüber was? Und sozusagen diese Frage, warum wird darüber eigentlich nicht geredet? Also wir reden ja über verschiedenste Katastrophen ohne Unterbrochen. Warum reden wir eigentlich darüber nicht? Also wer sind die Frauen? Das sind Frauen aller Herkünfte, aus allen sozialen Herkunften. Das kann man gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt, oder wir wissen, es gibt Frauen, die sind ganz aus besonders vulnerablen Gruppen. Das heißt, die sind dann eben auch, die sind sowohl von Rassismus betroffen, als auch von geschlechtsspezifischer Gewalt oder LGBTIQ-feindlich Gewalt ist auch ganz massiv. Es gibt, wir wissen, dass die Belastung von Frauen mit Behinderung zum Beispiel auch sehr viel größer ist als in der Durchschnittsbevölkerung. Also es gibt da verschiedene vulnerable Gruppen, die ganz besonders betroffen sind. Über die Täter wissen wir eigentlich auch nur, dass es genau das Gleiche ist. Auch die kommen aus allen Schichten, Herkünften, wie auch immer. Auch da kann man nicht sagen, man kann sagen, es gibt bestimmt, also besonders gefahrenträchtige Situationen. Das ist zum Beispiel im sozialen Nahraum, wenn die Frauen schwanger sind zum Beispiel oder wenn es kleine Kinder gibt. Es ist ganz besonders gefährlich im sozialen Nahraum, wenn sich eine Frau trennt. Da kommt es dann häufig zu, eben dann auch den Tödlichen übergriffen. Dann ist es auch häufig dann der Fall, wenn die Frau ihre Rolle verlässt. Also wenn sie beginnt, irgendwie sich zu emanzipieren, so oder wenn sie eine Karrieresprung macht, auch dann ist es ganz besonders gefährlich. Und es ist in politischen Auseinandersetzungen, also wenn wir auch zum Beispiel über digitale Gewalt reden, da ist es ganz massiv. Ist die geschlechtsspezifische Gewalt gegen alle Frauen, die sich politisch positionieren oder die gar als Feministinnen angesehen werden? Also da ist die Gewalt ganz, ganz massiv. Warum darüber so wenig gesprochen wird? Ich denke, das geht eben, zieht sich weit hinein. Auch hier werden wir heute wahrscheinlich feststellen, dass es hauptsächlich Menschen, die als Frauen gelesen werden, hier teilnehmen. Es ist immer noch kein Thema, dass, obwohl man ja sagen muss, es ist Gewalt gegen Frauen, ist vor allem erstmal ein Männerproblem, wird es aber da überhaupt nicht so gesehen. Und das ist weit bis in linke Kreise hinein so, dass sich niemand dafür einsetzt oder dagegen einsetzt. Auch das ist ein riesiges Problem. Es ist immer noch der sogenannte Nebenwiderspruch. Erstaunlicherweise, oder was sehr gefährlich ist, ist, dass sich ja Rechte eine Zeit lang quasi auf die Fahnen geschrieben haben, sie würden geschlechtsspezifische Gewalt verhindern. Die sind dann mit so Bildern von verletzten Frauen durch die Straßen gezogen. Da ging es aber natürlich immer nur um die weiße deutsche Frau, die es zu retten gibt, vor den Fremden außen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist eben die ganz strukturelle, überall stattfindende Gewalt inmitten dieser Gesellschaft. Ja, du hast in einem Interview, was ich gelesen habe, hast du, glaube ich, gesagt, jede Frau kennt mindestens eine andere Frau, die geschlechtsbezogene und sexualisierte Gewalt erlebt hat, aber kein Mann kennt einen anderen Mann, der sie ausgeübt hat. Das fand ich auch echt irgendwie eine eindrückliche Beschreibung. Aber vielleicht kannst du auch noch ein, zwei letzte Sätze so zu der Datenlage sagen, die ja sehr schlecht ist insgesamt. Und wie sieht es denn eigentlich, also wie sieht es denn aus, also insgesamt, wie ist die Datenlage und dann, wie sieht es denn aus mit Gewalt gegen speziell trans Frauen und nicht binäre Personen? Die sind ja in den Daten, die wir haben, glaube ich, gar nicht eingeschlossen, oder? Nein, also was man sagen muss, ist, die Datenlage ist insgesamt sehr schlecht. Es gibt immer einmal im Jahr, immerhin, ja auch noch nicht so lange, die Zahlen des BKA, die über Partnerschaftsgewalt Auskunft geben. Aber wie gesagt, da geht es nur um Gewalt im sozialen Nahraum. Da geht es nicht um geschlechtsspezifische Gewalt. Die sind wahnsinnig hoch. Ich glaube jetzt von 2019 waren es 179.000 Fälle oder so. Also ich glaube, wenn man das runterrechnet, war es alle 40 Minuten, wird eine Person von ihrem Partner oder Partnerin, das geht ja dann in beide Richtungen, gibt es Gewalt gegen die Personen. Man kann sagen, ich glaube 82 Prozent der Betroffenen sind Frauen. Es gibt meines Erachtens keinerlei Erkenntnisse. Also das ist, und das muss man mal sagen, das ist das Hellfeld. Also das sind die Personen, die Anzeigen erstatten. So, es ist überhaupt nicht das Dunkelfeld. Darüber wissen wir nichts. Ich glaube, Frau Giffey hat gesagt, nächstes Jahr soll es eine große Studie dazu geben. Das ist auch allerhöchste Zeit. Wir haben die letzten Zahlen, die sind schon mehr als zehn Jahre alt. Die letzte Dunkelfelduntersuchung und das muss auch schon im Hinblick auf die Istanbul-Konvention, brauchen wir Zahlen. Das ist also unglaublich eigentlich, dass es diese Zahlen nicht gibt. Wir haben auch keine speziellen Zahlen für Transpersonen oder wir haben auch, das haben wir nicht, LGBTIQ-feindliche Angriffe, die gibt es, die sind dann aber auch wieder nicht auf geschlechtspezifisch. Und also wir haben, die Datenlage ist katastrophal in Deutschland, das muss man sagen, auch eben für Frauen mit Behinderung. Da gibt es auch eine Studie, die ist aber auch schon sehr alt. Also das muss auf jeden Fall her, dass wir viel mehr wissen darüber. Und wir wissen auch dann eben auch im Umkehrschluss, sehr wenig. Letztlich haben wir gesicherte Daten über die Täter. Okay, dann danke ich dir erstmal dafür. Alex, dann würden wir jetzt mit eurer Broschüre und sozusagen spezifischer dem Thema Femizide weitermachen. Wir haben also, genau, erstens hatte, es ist ja auch so, dass die Broschüre schon ziemlich positives Feedback gekriegt hat, obwohl sie jetzt erst so kurz in der Welt ist. Sag uns doch ein bisschen was, warum es überhaupt, also warum ihr das gemacht habt und warum du der Meinung bist, dass es zentral ist, über dieses Thema Femizide auch hierzulande zu sprechen. Vielleicht kurz, wo der Begriff herkommt, also was Femizid eigentlich ganz genau heißt. Vielleicht kannst du auch kurz was sagen, Femizid, Feminizid, nur kurz. Und dann fände ich es noch gut, wenn du was sagst über die Frage, ob es nicht eigentlich ein Problem ist, wenn man jetzt auf sozusagen die Tötung von Frauen so sehr fokussiert, obwohl doch das Phänomen so viel breiter ist. Genau. Ob man das nicht irgendwie dann eher aus dem Bild hat. Okay, ich glaube, ich fange von hinten an oder erst mal damit, was Femizid überhaupt ist, weil dann, glaube ich, daran kann ich erklären, warum wir das Ganze machen. Genau, also Femizide, die breiteste, breites geteilte Definition, würde ich sagen, ist die Tötung von Frauen durch Männer aus einem tief liegenden Frauenhass heraus. Frauenhass aber verstanden nicht als sozusagen interpersonelle Beziehung, die sich auf einzelne Personen richtet, sondern tatsächlich als Struktur, die dann auch teilweise überhaupt nicht so offensichtlich rüberkommt, die wir jetzt im Alltag wahrscheinlich gar nicht als Frauenhass bezeichnen würden. Also die eher aufrechterhalten wird und widergespiegelt wird auch im hierarchischen Geschlechterverhältnis. Also alles, was man so auch so als patriarchale Struktur oder Patriarchat kennt. Dazu gehören aber tatsächlich alle möglichen Formen von Abwertung, die jetzt vielleicht nicht mit körperlicher, psychischer Gewalt zusammenhängen, sondern die auch mit einer schwächeren Position von Frauen in der Gesellschaft zusammenhängen. Das heißt also, Femizide sind jetzt nicht jede Tötung von Frauen, sondern nur eben jene, die zurückzuführen sind auf oder die nur verstanden werden können in dieser Form von hierarchischem Geschlechterverhältnissen. Das heißt aber auch sozusagen, dass, so wie es Christina jetzt auch gerade schon gesagt hat, wir arbeiten jetzt immer mit den Zahlen zu Tötungen in Partnerschaften oder durch Ex-Partner. Wir können aber eigentlich gar nicht sagen, ob das alles Femizide sind oder dass das die ganze Zahl an Femiziden ist, die in Deutschland stattfindet. Das ist einfach tatsächlich die einzige Zahl, die uns verfügbar ist. Und das waren im letzten Jahr, waren das 117 Frauen, die getötet worden sind durch ihren Partner oder Ex-Partner. Und es waren weitere 191 Frauen, die dem Versuch entkommen sind. Und auch da wiederholt sich die ganze Problematik mit den Daten, die Christina auch schon genannt hat. Also zum einen, das ist ein riesengrasses Dunkelfeld, vor allem bei der Frage von versuchten Tötungen. Die werden, es ist ja eine Polizeistatistik, das heißt, die werden gezählt, welche zur Anzeige kommen oder welche aufgenommen werden von der Polizei. Das heißt, ganz, ganz viele Tötungen. Die Frauenhäuser sagen zum Beispiel, sie würden alles mitzählen, was Angriffe gegen den Hals sind. Also wo sozusagen Sürgemomente stattfinden, wären versuchte Tötungen. Oder häufig, da kommen ganz, ganz, ganz viele überhaupt nicht in die Statistik. Das heißt, wir wissen tatsächlich einfach ganz wenig, wie groß dieses Problem tatsächlich ist. Und auch, es wird nach Personenstand getrennt. Das heißt tatsächlich, wie ihr auch schon besprochen habt, Transfemizide, also sozusagen, wo Transfrauen angegriffen werden, wo natürlich teilweise auch sozusagen noch eine andere Form von Transfeindlichkeit mit reinkommt, aber eben auch eine Abwertung von Weiblichkeit eben dieser Frauenhass, von dem ich gesprochen habe. Die sind auch aus dieser Statistik, die die Polizei bereitstellt, einfach überhaupt nicht abzulesen. Warum wir es wichtig finden, darüber zu sprechen, ist, weil diese Rückbindung auf die Struktur eigentlich die Bedeutung von zwei Seiten deutlich macht. Also zum einen heißt es, wenn wir Femizide tatsächlich bekämpfen wollen, wenn wir dafür arbeiten wollen, dass es die nicht mehr gibt, dann müssen wir an diesen Strukturen anfangen. Dann müssen wir ganz, ganz viel weit vorne anfangen, als bei der tatsächlichen Tötung. Auch die wollen wir natürlich verhindern, aber wir werden sozusagen in der jetzigen Gesellschaftsform, die wir haben, werden wir nicht zu einem Moment kommen, in dem es keine Frauenmorde gibt oder Femizide. Und sozusagen, das ist das ganz Wichtige, wenn man sich diese diese Debatten darum anguckt, was wir daraus lernen. Und aber auch von der anderen Seite sagt uns das tatsächlich, dass wir an der Existenz von Femiziden und an dem Ausmaß auch von Femiziden auch merken, wie gewaltsam eigentlich das System ist, in dem wir leben. Dass es nicht darum geht, dass irgendwie sozusagen wir Feminismus machen, um bestimmte Leute in Führungspositionen zu bringen oder so, sondern dass es tatsächlich auch wir um einen gleichberechtigten Zugang zu Arbeit und Absicherung kämpfen, weil nämlich sozusagen, dass alles Ausdrucksformen sind, die tatsächlich auch damit zusammenhängen, dass Frauen sterben. Das heißt sozusagen, es geht auch an der Existenz von Femiziden zu erkennen, sozusagen, dass es nicht um irgendwelche Ungerechtigkeiten geht, sondern es geht um Fragen von Leben und Tod. Und ich finde, das muss man tatsächlich auch in der Zugespitztheit ab und zu mal zu mal sagen. Und sozusagen, die Gewalt hat in der Form, und da meine ich jetzt aber auch verschiedene Formen von Gewalt, nicht nur Tötung, verschiedene Formen geschlechtsspezifischer Gewalt hat eben sozusagen die Rolle in diesem System, diese Verhältnisse abzusichern, sind sozusagen ein Ventil oder eine Form, daran wieder, diese Struktur zu stärken oder ihre Grenzen deutlich zu machen, wenn keine andere Form mehr bereitsteht. Also wenn sozusagen Personen ihnen vorkommen, dass sie sozusagen die Kontrollhälter darüber verlieren, dieses Verhältnis, in diesem Verhältnis. Also Christina hat schon gesagt, viele Gewalt und auch Tötung finden statt, wenn Frauen sich trennen wollen, also wenn sie sozusagen sich emanzipatieren wollen, einen eigenen Willen zum Ausdruck bringen. Es findet aber auch im politischen Raum statt, wenn Frauen ihre Stimme erheben, wenn sozusagen, es gibt auch einzelne Andeutungen, dass es mit allgemeiner Verstärkung von feministischen Bewegungen zu tun hat, also sozusagen nicht nur auf der subjektiven Ebene oder individuellen, wenn eine Frau sich emanzipiert, sondern auch wenn insgesamt sozusagen feministische Bewegungen oder Positionen von Frauen in der Gesellschaft sich verbessern, hat es oft sozusagen so ein Backlash an Gewalt und daran wird irgendwie dieser Zusammenhang deutlich, aber das heißt nicht nur sozusagen vor Emanzipation von Frauen, sondern auch auf der anderen Seite ein Unsicherwerden von der männlichen Vormachtstellung. Also es gibt zum Beispiel auch Forschungen, die eben sagen, in Wirtschaftskrisen, wenn Männer ihre ökonomische Situation angegriffen wird, dann haben sie auch Gewalt gegen Frauen als Ventil, um sozusagen sich in dieser Männlichkeit, dieser toxischen Männlichkeit, die wir haben, wieder aufzurichten. Und in dem Fall finde ich, jetzt ist es eben auch wichtig zu sagen, dass Femizide, um noch auf diese Frage zu antworten, mit, macht das nicht andere Formen von Gewalt unsichtbar? Es ist ganz, ganz arg wichtig, Femizide als extremen Ausdruck zu sehen, genauso wie von geschlechtsspezifischer Gewalt. Das heißt sozusagen, diese verschiedenen Formen gehören zusammen und es ist auch wichtig, wenn wir sozusagen Femizide bekämpfen wollen, dann müssen wir auch schon gegen Catcalling, also gegen Sprüche und den Herrufen auf der Straße und sexuelle Belästigung vorgehen. Und wichtig an diesem Moment und diese Beziehung, die deutlich zu machen, das ist, fände ich, tatsächlich wichtig, damit man nicht auch in so ein Spektakel und die schlimmsten Fälle rauspicken gehen. Diese Beziehung ist mir total wichtig zu betonen, aber eben deutlich zu machen, dass auch dieses Extrem stattfindet. Okay, super, das war jetzt schon sehr, sehr viel, danke dir. Dann würde ich jetzt gleich mit Conny weitermachen. Conny, genau, wir haben, ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, ihr habt jetzt gerade diesen Antrag eingebracht, darüber reden wir dann in der nächsten Runde, würde ich dazu gerne noch mal ein bisschen fragen, was ihr euch da eigentlich, was ihr da beantragt habt, aber vielleicht kannst du erst noch mal sagen, also, dass die Zahlen schlecht sind, haben wir jetzt schon gehört, aber vielleicht noch ein paar mehr Worte dazu, wie eigentlich die Bundesregierung mit dem Thema umgeht, also was ist eigentlich die Haltung, also der Bundesregierung, aber natürlich auch sozusagen des Gesetzgebers dazu und also sozusagen insgesamt zu geschlechtsbezogener Gewalt, aber speziell zu Femiziden und vielleicht auch so genau, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, es gab ja auch ein paar Gesetzesänderungen, und was da aus deiner Sicht vielleicht sozusagen die drängendsten Handlungsnotwendigkeiten wären, als jemand, die da in den gesetzgebenden Organen sitzt. Ja, vielen Dank. Ja, ich versuche das mal möglichst nachvollziehbar darzustellen. Ich glaube, es ist ganz gut, tatsächlich ein paar Jahre zurückzugucken. Du hattest ja eingangs erwähnt, dass ich jetzt mittlerweile seit 2009 in dem Feld auch konkret im Bundestag arbeite. Und man kann schon sagen, es gibt so eine leichte Schneckentempo-Bewegung der jeweiligen Regierung, Gewalt gegen Frauen oder so, wie sie es nennen, häuslicher Gewalt oder partnerschaftlicher Gewalt, was entgegenzusetzen. Seit 2009 hatten wir vorwiegend die Diskussion um die Finanzierung der Frauenhäuser, um eine bundeseinheitliche Finanzierung. Da war schon klar, dass es einen unglaublich großen Mangel gibt, viel zu wenig Frauenhausplätze und ein dramatisch unterfinanziertes Hilfesystem. Ich sage gleich dazu, da hat sich nicht viel daran geändert. Wir haben immer noch eine Situation, dass 14.000 bis 15.000 Frauenhausplätze mindestens fehlen. Da ist dann die Frage der Qualität und der entsprechenden guten Bezahlung auch für die Beschäftigten überhaupt noch gar nicht mitgedacht. Und auch das Hilfesystem, zu dem ja mehr gehört, also auch ein ausfinanziertes Beratungsnetz und so weiter. Da hat sich nicht viel getan. Die Bundesregierung hat schon 2009 und ich wahrscheinlich auch vorher eigentlich immer die Debatte Richtung Länder verschoben und das als kommunale und Länderaufgabe gekennzeichnet. Und dann weiß man natürlich dass die sowieso finanzknappen Kommunen da wenig Chancen haben, da grundlegend was dran zu ändern. Es kann dann vielleicht erinnern, dass auch viele noch Frau Schröder als Familienministerin und Frauenministerin, die dann das Hilfetelefon als wesentlichen Meilenstein verkauft, was sicherlich auch eine gute Angelegenheit ist, weil über das Hilfetelefon halt viele betroffene Frauen oder auch Menschen, die Gewalt irgendwie wahrnehmen und sich Unterstützung oder Rat holen wollen, für die ist das sicherlich eine große Hilfe. Und erst im letzten Jahr war es dann eigentlich so weit, dass zumindest die Bundesregierung im Haushalt mal ein paar Mittel bereitgestellt haben, aber vor allem für Investitionskosten, bauliche Maßnahmen und für technische Innovation. Es ist immer noch nicht bundeseinheitlich geregelt, wie zum Beispiel das Hilfesystem überlebt und die Bundesregierung schiebt es immer noch meist in die Länder. Irgendjemand von euch erwähnte, auch die Studie, die jetzt auf den Weg gebracht wird, also das ist ein weiterer Punkt, der jetzt gemacht wird, aber man kann glaube ich im Großen und Ganzen sagen, das sind natürlich durchaus wichtige Schritte, aber bei Weitem nicht genug und auffällig ist eben dabei, dass die Bundesregierung nur die sogenannte partnerschaftliche Gewalt oder häusliche Gewalt dabei vorwiegend in den Blick nimmt. Wir haben dann vor, ich weiß gar nicht, Alex weiß es wahrscheinlich sogar besser, angefangen mit Fragen, kleinen Anfragen, die Bundesregierung mal auf diesen Weg zu bringen, mal zu überlegen, ob es eigentlich bei uns zu Lande auch Femizide gibt und wie sie ihre Haltung dazu irgendwie entwickelt. Und ich habe zwei kleine Anfragen dazu gestellt. Nach diesen kleinen Anfragen war die Bundesregierung Reit noch irgendwie wollte sie reflektieren, ob es nicht sinnvoll ist, sich an der Definition von Femiziden anzuschließen. Also wollte sich auch nicht der gängigen Definition der WHO oder der Vereinten Nationen anschließen, verweigern, das schlicht und ergreifend. Sage ich auch gleich noch was zu, warum das vielleicht so ist. Dann hat die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2011 die Istanbul Konvention unterzeichnet und erst 2017 ratifiziert. Das war natürlich auch ein Schritt in der Bekämpfung und Prävention von Gewalt. Ich will noch mal zitieren, was eigentlich in der Zweckbestimmung dieser Istanbul Konvention steht. Da steht drin, Zweck des Übereinkommens ist es, Frauen vor allen Formen der Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen. Und nun kann man so eine gute Konvention beschließen und auch ratifizieren. Das heißt aber eben noch lange nicht, dass sie auch umgesetzt wird. Das ist auch nach wie vor eines der großen Probleme. Mittlerweile gibt es zumindest eine Monitoringstelle, die von der Bundesregierung finanziert wird, die jetzt neu eingerichtet wird. Ich sagte schon, wir wollten mit den kleinen Anfragen anfangen, die Debatte um Femizide in die Debatte hier zu holen, also auch im Bundestag zu holen. Wir haben letzte Woche eine Antwort auf eine schriftliche Frage bekommen. Da hatte ich noch mal gefragt, ob denn die Bundesregierung eigentlich weiß, wie hoch die Zahl der getöteten Frauen in Deutschland in diesem Jahr ist und wie hoch darunter der Anteil der getöteten Frauen, die einen Femizid, also einer Tötung aufgrund des hierarchischen Geschlechterverhältnisses zum Opfer gefallen, ist die Antwort ist kurz, aber bündig. Der Bundesregierung liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse dazu vor. Das macht so ein bisschen deutlich, dass tatsächlich die Bundesregierung und auch, wie die Debatte letzte Woche gezeigt hat, Bundestag, doch ein erheblicher Teil, zumindest der Koalition, aber auch, ja, ich würde schon sagen, des gesamten Hauses nicht wirklich verstanden hat, worum es bei Femiziden geht oder wahrscheinlich hat es sogar ein Teil verstanden und will sich ganz gewusst dieser Definition nicht anschließen oder will keine eigene Definition aufstellen. Ich habe immer hin und überlegt, das ist ja eigentlich ist nicht teuer, so eine Definition irgendwie festzulegen, aber es ist natürlich sehr einfach, wenn man etwas nicht definiert, dann muss man natürlich auch nicht hingucken und dann muss man natürlich auch keine Maßnahmen entwickeln, um dagegen vorzugehen. Was aber, glaube ich, ganz entscheidend ist und was für uns auch ein Grund war, warum wir das Thema Femizide jetzt auch ganz bewusst in den Bundestag gebracht haben, ist ein Punkt, den Alex eben erwähnt hat, an der Debatte oder an der Diskussion um Femizide wird natürlich dies Gewalt, das ja das gewalttätige System oder dass die Gewalt in den Geschlechterverhältnissen, die in den Geschlechterverhältnissen begründet, ist sehr deutlich. Und Christina hat zu Beginn gesagt, dass wir eine Zunahme antifeministischer Kräfte haben, ich teile das und ich würde auch die Diskussion und die Verweigerung der Bundesregierung sich einer Definition von Femiziden zu entziehen und diese Debatte nicht führen zu wollen, durchaus im Zusammenhang mit der gesamten politischen Entwicklung zu sehen und mit der Reproduktion dieses Geschlechterverhältnisse halt. Ich habe in der Debatte letzte Woche hat zum Beispiel die Hauptrednerin der Union, die hat gesagt, naja, dass wenn wir als Linksfraktion sagen würden, Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind, und das wäre halt eine Vereinfachung, das würde den Opfern nicht helfen und hat dann im Weiteren ziemlich deutlich gezeigt, dass sie tatsächlich das Thema nicht versteht, sondern so handelt wie auch die gesamte Bundesregierung. Er werden die von Gewalt betroffenen Frauen werden zwar zahlenmäßig auch als Opfer betrachtet, aber jede Tat und erst recht jede Tötung wird als individuelles Problem gesehen und es werden auch alle Maßnahmen letztlich in so eine Richtung verschoben. Das, was eben auch schon diskutiert wurde, dass damit die Gewaltverhältnisse in unserem System deutlich werden, das soll, denke ich, auch ganz bewusst gar nicht angeguckt werden, weil man müsste ja dann, um Femiziden zu begegnen und tatsächlich sagen, man muss die Strukturen bekämpfen und da ist es schlicht und ergreifend einfacher, sozusagen diese Definition gar nicht einzugehen, keine Definition anzuwenden und schlicht und ergreifend weiterhin von getöteten Frauen aufgrund von Partnerschaftsgewalt, also Beziehungstaten, Familien, Tragödien und so weiter zu reden. Okay, danke Conny dazu, auch wenn es nicht sehr erbaulich ist, vielleicht können wir dann gleich in der nächsten Runde nochmal dann stärker darüber reden, was jetzt von eurer Seite da eigentlich konkrete Maßnahmen wären. Jetzt wollte ich erst nochmal kurz Christina fragen, dass du uns vielleicht noch ein bisschen Einblick gibst in die sozusagen strafrechtliche Seite, also die Seite der Strafverfolgung dieser Taten, damit hast du ja sozusagen sehr viel zu tun und genau, also sozusagen wie wird eigentlich Gewalt gegen Frauen in Gerichten verhandelt, mit welchen gesellschaftlichen Effekten und was müsste eigentlich an der Stellschraube getan werden, also siehst du da überhaupt ein Potenzial, dass über diesen Weg substanziell auch sich was verändern könnte, sowohl jetzt auf Seite von Polizei als auch Richtern und oder ist es vielleicht so, dass Strafjustiz eigentlich gar nicht das angemessene Instrument ist und wir auch verstärkt hier über darüber hinausgehende Perspektiven nachdenken müssen, also in USA wird ja unter dem Stichwort Transformative Justice oder Restorative Justice sehr viel darüber geredet, ob nicht eigentlich in Fällen von geschlechtsbezogener oder sexualisierter Gewalt dieses System eigentlich weder die Gewalt mindert, noch den Betroffenen in irgendeiner Form, also sozusagen dem, was sie erlebt haben, gerecht wird. Aber vielleicht mal vorne anfangen, also so zu den Gerichten und dann am Ende zu der Frage, ob du da eine Chance siehst, dass es eigentlich anders gehen müsste. Ja, vielleicht fange ich aber lieber hinten an und sage, ich glaube, ja, wir müssen darüber nachdenken über andere Formen als die Strafjustiz, aber da sind wir, glaube ich, noch ganz am Anfang der Diskussion. so, es gibt so, es gibt ja immer wieder auch in, also in linken Zusammenhängen, in politischen linken Gruppen oder Häusern etc., gibt es natürlich auch Auseinandersetzungen über Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt, vor allem über sexualisierte Gewalt und meistens gehen die nicht besonders gut aus, diese Fälle, also weil es eben relativ wenig Erfahrungen gibt dazu, wie man das außerhalb von Strafjustiz gut regeln kann. In Deutschland ist im Moment der Stand, dass eigentlich alles immer von der strafrechtlichen Verurteilung abhängt, deswegen können wir darauf nicht verzichten, also für die Betroffenen ist es ja häufig tatsächlich gar nicht entscheidend, wie jemand verurteilt wird, sondern geht es eher um Schutz, es geht eher um möglicherweise auch eine Wiedergutmachung oder ein Schadensersatz, Schmerzensgeld, all das und das hängt aber alles eigentlich immer an dem Strafverfahren. So, deswegen würde ich sagen, im Moment, also es ist gut, darüber hinaus zu denken, ich freue mich sehr, wenn die Diskussionen jetzt auch in Deutschland anfangen, aber im Moment müssen wir, glaube ich, damit mit den Gegebenheiten leben, die da sind und da kann man einiges verändern, also die eine Frage ist ja, brauchen wir, wie das manche fordern, einen Extratatbestand, der Femizid heißt? Ich glaube, das brauchen wir nicht, ich glaube, wir können einfach die Rechtsprechung ändern, wir haben ja die Tötungsdelikte und den Mord im Strafgesetzbuch, die Frage ist nur, dass, ob es eben, ob die Tötungen von Frauen da richtig aufgefasst werden und Alex hatte schon gesagt, wie zählt man das, wie gerade bei den versuchten Tötungsdelikten zum Beispiel, juristisch ist das natürlich eh nochmal anders, also du kannst auch, also da gibt es ja die Konstruktion des Rücktritts, des freiwilligen Rücktritts, deswegen haben wir kein Tötungsdelikt, wenn jemand zum Beispiel schon die andere Person wirkt bis zur Bewusstlosigkeit, dann aber ablässt, dann ist das kein Tötungsdelikt mehr, weil der freiwillig zurückgetreten ist, also deswegen ist das eh, also die juristische Diskussion nochmal eine andere, dennoch muss man sagen, ist diese hohe Gefährlichkeit, die in ganz, ganz vielen Angriffen zu sehen ist, eben wie alle Angriffe gegen den Hals, das kommt überhaupt nicht raus, das wird in den deutschen Gerichten immer noch einfach als einfache Körperverletzung, ist auch keine gefährliche Körperverletzung, in den meisten Fällen als einfache Körperverletzung gesehen und da würde ich, also kommt im Normalfall irgendwie entweder eine Einstellung raus oder vielleicht mal eine geringe Geldstrafe, also das ist alles so im untersten Bereich, wenn es eben um, und dann ist es noch so in den deutschen Gerichten, dass es tatsächlich häufig noch so ist, dass wenn die Taten im sozialen Nahraum geschehen, dass das strafmildernd berücksichtigt wird, also das eben, also es sind dann so Sprüche im Gerichtssaal wie, ich werde lieber von meinem eigenen Mann vergewaltigt als von einem Fremden, das muss man hier berücksichtigen oder die hat sich ja auch, warum hat sie ihn denn nicht verlassen, das ist ja so ein ganz häufiges Bild, was sich im Gerichtssaal fortsetzt, was aber außerhalb ja auch ist, immer diese Frage, warum hat sie das denn so lange ausgehalten, statt den Täter zu fragen, warum hat er denn immer weitergemacht, oder es gibt eben, also es gibt unglaublich viele Klischees, Mythen, die sich auch im Gerichtssaal fortsetzen, ja, so wie in der Gesamtgesellschaft auch, also es ist erst mal so, dass man den Frauen nicht glaubt, vielleicht das ist also so eine Grundvoraussetzung, die hätte irgendwelche Gründe, um das zu erfinden, ganz anders als wenn ich irgendwie, weiß ich nicht was, also wenn ich, wenn jemand, ein Polizeibeamter behauptet, dass er angegriffen worden ist, dem glaubt man sofort, die Frau aber, die sagt, ich bin hier vergewaltigt worden, da muss man großen Zweifel haben und dann gibt es eben auch bestimmte Mythen, wie hat sich eine Frau zu verhalten, wenn sie Opfer von einer Straftat geworden ist, also am besten zeigt sie sofort an, hat selbst dann, also das beste Opfer hat selbst überhaupt gar keine Interessen in so einem Strafverfahren, hat auch keinerlei Belastungseifer, sondern ist immer objektiv, kann irgendwie diese Tat auch Jahre später noch genauso abrufen, wie sie das einmal schon ausgesagt hat, etc., etc., so, das kann man, also es gibt da unglaublich viele, ich kann das jetzt gar nicht alles oder auch nicht anreißen, was ich sagen kann, ist, wir brauchen unbedingt Fortbildungen, das haben wir im Moment nicht, wir haben keine Fortbildungsverpflichtung für Richter und Richterinnen, es gibt ganz wunderbare Richter und Richterinnen, die das wirklich auch gut können, die auch gut Zeuginnen befragen können, auch bei schwersten Angriffen, auch bei sexualisierter Gewalt, es gibt aber auch solche, die können es eben überhaupt nicht, die können das nicht, die sitzen da und man denkt, nee, mit dieser Person möchte ich wirklich auch nicht über diese Taten sprechen. Ein riesiges Problem im Moment in der Strafjustiz ist, dass es keine Kapazitäten sind, wir haben gerade schon gehört, das kostet ja eigentlich nicht viel, mal so einen Begriff zu ändern, ja, das ist das eine und das sieht man auch immer, dass wir zwar immer wieder, also es wird ja immer über Strafverschärfungen diskutiert, jetzt gerade beim sexuellen Missbrauch zum Beispiel von Kindern, gab es eine Strafverschärfung, weil das eben erstmal kein Geld kostet. Was richtig Geld kosten würde, wäre bessere Fortbildungen, mehr Kapazitäten herstellen, eben auch Polizei zu schulen, was also in Partnerschaftsgewalt, aber auch geschlechtsspezifischer Gewalt auch da mehr Kräfte zur Verfügung stellen, von mir aus kann man die auch aus anderen Stellen abziehen, also in Ladendiebstahl zum Beispiel könnte man rausholen aus dem Strafgesetzbuch und stattdessen da Kräfte reinstecken. Staatsanwaltschaft ist auch, also jedenfalls, ich kann das für Berlin sagen, vollkommen überlastet, die haben überhaupt gar keine Kapazitäten, das zu machen und ich glaube, das ist eben das Problem, das kostet alles Geld und das will man nicht aufwenden und nicht für diesen Bereich. Eine Sache, die ich bei dir gelesen habe, die ich wirklich völlig grotesk fand, war, dass Fortbildungen von Richtern abgelehnt werden mit der Begründung, dass dann die Neutralität nicht mehr gewahrt wäre. Genau, das ist, also das ist schon immer wieder, das ist ehrlich gesagt seit vielen Jahren ist es ja immer in der Diskussion, es war immer wieder in Gesetzentwürfe reingeschrieben, und immer wieder wurde es dann abgelehnt mit der Unabhängigkeit der Richterschaft. Das ist natürlich, ich finde auch, es ist absurd, aber das ist ein hohes Gut und auch da muss man sagen, die RichterInnenschaft ist ja auch einfach nur ein Abbild eigentlich der Gesellschaft und man muss sagen, also die Justiz war noch nie die Vorreiterin der feministischen Bewegung, auch das muss man sagen, ja, also da, das ist ja, das sind nicht unbedingt die Menschen, die Jura studieren, die dann in diese Berufe kommen und wie gesagt, es gibt da, ich will auch gar keinen persönlich da angreifen, sondern grundsätzlich gibt es da ein strukturelles Problem, das ist keinerlei Auseinandersetzung im Studium, nicht im Referendariat, niemals und dann sind diese Personen eben an sehr wichtigen Stellen und vielleicht muss man das nochmal sagen, also die Diskussion um etwas anderes außerhalb des Strafrechts, die ist gut, aber was ich in meiner Praxis erlebe und bei meinen MandantInnen erlebe, ist, dass für die die justizielle Aufarbeitung unglaublich wichtig ist, so ist es für die unglaublich wichtig, dass irgendwann ein Gericht sagt, ja, das ist hier Unrecht, so, da geht es eben tatsächlich nicht so sehr, häufig nicht so sehr um, wie wird bestraft, sondern es geht um einen respektvollen Umgang während dieser Verfahren, der eben häufig nicht da ist und es geht darum, dass am Ende jemand sagt, ja, das war nicht in Ordnung, das darf der nicht wieder tun und da haben wir wirklich einen weiten Weg hin und ich muss sagen, es gibt immer wieder Urteile, die kann ich gar nicht meinen MandantInnen schicken, die kann ich denen gar nicht schicken oder ich muss ihr dann eben vorwarnen, weil ich sage, es ist so katastrophal, was da drin steht, also neulich, gerade vor zwei Wochen hatte ich ein Urteil, da hieß es, da ging es um Vergewaltigung, war angeklagt und dann stand da drin, ob das denn wirklich gegen den Willen der Betroffenen war, sei fraglich, weil sie selbst geschildert hätte, sie sei eine durchaus sexuell aktive Person und hätte auch nach der Tat noch Kontakt, sexuelle Kontakte zu verschiedenen Männern gehabt. So, ich meine, dann denkt man, wo sind wir, wann sind wir, hat eigentlich noch, haben wir noch gar nichts verstanden, aber das ist dann so, so beschimpfend oder so verächtlich den Geschädigten gegenüber, dass man es wirklich kaum aushalten kann. Ja, es ist tatsächlich schwer auszuhalten, die ganze Sache, finde ich. Ich fand, bei diesen Richtern hat das, also diesen Punkt, der hat mich irgendwie beschäftigt, weil ich so grotesk finde, dass man quasi sozusagen das patriarchale, gesellschaftliche Bewusstsein wird sozusagen erhoben zu dem Moment, was dann am objektivsten Recht spricht. Ich meine, das muss man sich erst mal vorstellen, ja, das finde ich tatsächlich unglaublich, aber vielleicht können wir nachher über diese Frage oder Conny, genau, jetzt wollte ich eigentlich zu dir und eurem Antrag kommen, was ihr eigentlich genau beantragt habt, was eure Vorschläge sind, aber vielleicht auch, was jetzt jenseits des konkreten Antrags, den ihr da gestellt habt, eigentlich eure Perspektiven sind und wo ihr sozusagen Chancen auf Veränderung seht und vielleicht kannst ja auch du kurz was dazu sagen, ob du eigentlich denkst, dass diese Frage, ob man jenseits der Rechtsprechung andere Umgangsformen noch bräuchte, die in so eine Richtung restorative justice gehen, also ob ihr sowas diskutiert, ob das auch ein Thema für euch ist. Ja, gerne. Also wir haben uns in dem Antrag, den wir jetzt letzte Woche im Bundestag in der ersten Lesung diskutiert haben, ganz explizit auf das Thema Femizide fokussiert und innerhalb des Themas Femizide wiederum auf ein paar wenige Punkte, sage ich mal dazu, weil immer wenn es um Gewalt gegen Frauen gibt, dann sind wir natürlich alle auch immer dazu geneigt, immer die gesamte Istanbul-Konvention noch mal rauf und runter zu benennen und die umsetzen zu wollen. Wir haben es aber bewusst gemacht, weil, ich glaube, das hatte ich vorhin schon in dem ersten Statement ein bisschen angedeutet, weil wir die Diskussion um Gewalt gegen Frauen und Femizide als patriarchale Gewalt sichtbar machen wollen und weil wir sichtbar machen wollten, dass es bei Tötungen an Frauen, bei Femiziden um Tötungen geht, um eine Gewalt, die auf Macht, Unterordnung und Besitz an Sprüchen basiert, also eine geschlechterbasierte Gewalt. Deswegen unsere Hauptforderung, die an erster Stelle steht in dem Antrag, natürlich nach einer entsprechenden Einleitung, dass wir wollen, dass die Bundesregierung sich auf eine Definition festlegt, wo sie nämlich genau auch sowas reinschreibt. Wir haben in dem Zusammenhang aber auch in unserem Antrag herausgearbeitet, dass ein wirksamer Waldschutz darin bestehen muss, dass die Autonomie von Frauen gestärkt werden muss. Also die Autonomie von Frauen auch in ökonomischer Hinsicht zum Beispiel, also was eine eigene Wohnung, was ökonomische Unabhängigkeit angeht, haben wir gesagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um ein Leben frei von Unterdrückung führen zu können und genau diese Debatte wollten wir sozusagen als den strukturellen Hintergrund und das, ich glaube, Alex sagte das wohin, wenn man Femizide bekämpfen will, dann muss man sozusagen die Strukturen schon vor der Prävention bekämpfen. Genau damit, mit diesem Punkt wollten wir in die Richtung. Der zweite, die zweite wesentliche Forderung in unserem Antrag ist die Forderung nach einer sogenannten Femizid-Watch-Stelle, einer unabhängigen Beobachtungsstelle, die folgende Arbeit leisten soll. Also sie soll erstens alle Tötungen, die es gegen Frauen gibt, erfassen. Alle Tötungen meint auch sogar Tötungen, die Unfälle sind, scheinbar, oder Suizid und sollen alle diese Tötungen in einem Lagebericht veröffentlichen. Diese Arbeit wird im Moment von Aktivistinnen geleistet, von NGOs geleistet, also da werden zumindest Femizide vermeintliche erfasst. Die Bundesregierung soll aber mit der Bildung so einer unabhängigen Beobachtungsstelle dort einen wesentlichen Schritt gehen und diese Stelle soll aber eben nicht nur erfassen, sie soll auch forschen und sie soll besonders auch zu Risikomomenten forschen, weil nur wenn wir eine entsprechende Datenlage haben, wenn es darüber eine Verständigung gibt, wo eigentlich besondere Risikomomente sind, dann kann man natürlich auch Gewaltschutz nur auch passgenauer steuern, sonst ist ja logisch, ohne Analyse keine vernünftige Diagnose. Mir ist eben beim Überlegen eine Lehrstelle aufgefallen, wo wir vielleicht auch nochmal nachüberlegen müssen bei uns in der Fraktion, weil wir haben nämlich zum Beispiel versuchte Tötung gar nicht mitgedacht, also jedenfalls habe ich bei dieser Femizid-Watch-Stelle, bei der Beobachtungsstelle noch nicht dran gedacht, ob wir eben auch versuchte Tötung da nicht mit einbeziehen müssen, weil das würde ja zuvor schon gehören. Also ich lerne sozusagen auch während dieser Veranstaltung schon die weiteren Schritte. Ein weiterer wichtiger Punkt, weil ich ja gesagt hatte, dass es uns auch eine Stärkung der Autonomie von Frauen gibt als wirksamen Gewaltschutz. Deswegen haben wir darin die Forderung, dass es ein Bundesprogramm geben soll, mit dem auch finanzielle Starthilfen zur Verfügung gestellt werden, wenn eine Frau sich aus einem Gewaltverhältnis befreien will, weil das ist natürlich ein riesen Problem für ganz viele Frauen, die aufgrund auch der finanziellen Situation, der Abhängigkeiten in so einer Beziehung, ich mag immer gar nicht Partnerschaft sagen, das hört sich irgendwie immer zu positiv an, wenn das irgendwie in Partnerschaftsgewalt und sogenannten Tötungen, Trennungstötungen endet. Na jedenfalls wollen wir da finanzielle Starthilfen und wir wollen erreichen, dass die Ermittlungen im Falle von Tötungen auch vorher, also ich sag mal, dass es möglich wird, dass tatsächlich eine Motiv Ermittlung gemacht wird und die konkreten Bedingungen so einer Tötung erforscht werden, auch von der Polizei und zwar im Ausschlussverfahren. Also die Motive und konkreten Bedingungen sollen im Ermittlungsverfahren so deutlich werden und Femizid ausgeschlossen werden. Erst dann kann sozusagen eine Ermittlung weitergehen. Dann hattest du gefragt, wie wir das diskutiert haben im Straftatbestand. Also da hat Christina eigentlich alles zu gesagt, das ist auch unsere Position, dass wir keinen neuen Straftatbestand Femizide wollen, sondern dass wir sagen, wir wollen eigentlich, dass die gängige Rechtsprechung, die Geschlechterverhältnisse in die Rechtsprechung einbezieht. Und wir sehen auch die Notwendigkeit der Fortbildung für Polizei und Justiz, besonders Justiz. Das ist allerdings eine Länderangelegenheit, keine Bundesangelegenheit. Deswegen haben wir da in unserem Antrag drin, dass wir die Bundesregierung auffordern, dass sie sich bei den Ländern dafür einsetzt, dass das sind so im Wesentlichen die Forderungen, natürlich auch der Ausbau des Hilfesystems, die wir mit diesem Antrag diskutiert haben. Vielleicht noch eine Bemerkung, Teile haben vielleicht sogar die Debatte verfolgt, es gibt ja manchmal so morbide Freizeitvergnügen wie Bundestagsdebatten anzugucken oder so. Was ich schon, was schon ein kleines Problem war, also wir hatten den Tagesordnungspunkt ja explizit aufgesetzt, weil wir das Thema Femizide diskutieren wollten, nur leider ist es im Bundestag so, dass man als Fraktion nicht umhinkommt, wenn eine andere Fraktion darum bittet, einen Antrag dazuzulegen, dann muss man in der Regel zustimmen, wenn das irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Und dadurch hatten wir leider die Situation, dass von drei anderen Fraktionen Anträge dazugepackt wurden und so die Debatte sich wieder ein bisschen sozusagen verwässerte und nicht explizit um Femizide ging. Das war ein bisschen schade. Und das versuchen wir aber dann durch Anhörungen und Fachgespräche und die zweite Lesung vielleicht zu versuchen hinzukriegen. Nun weiß ich nicht, ob ich einen Teil deiner Frage vergessen habe. Erstmal glaube ich, hast du die alle beantwortet. Danke dir. Jetzt rennt uns schon fast ein bisschen die Zeit weg. Wie kann das denn sein? Alex, deine letzte Frage und dann öffnen wir das auch für eure Fragen, die ihr jetzt hier zum Teil schon in dem Chat postet, die wir dann vielleicht gleich nochmal gemeinsam aufnehmen. Aber jetzt zum Schluss wollte ich doch noch einmal zurückkommen auf den Anfang, nämlich wir wollen alles verändern und die lateinamerikanischen Bewegungen, die dieses Thema ja zu so einem, also für die das so ein wahnsinniges Mobilisierungsmoment war und zwar eben, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe, eben gar nicht in so einer tabuisierten, sozusagen verdrucksten Art und Weise, sondern sozusagen die da mit Selbstbewusstsein auf die Straße gehen und da eine wahnsinnige Bewegung losgetreten haben. Wieso ist es dort so und hier nicht? Also zu der Frage, warum dort und hier nicht? Ich glaube sozusagen, wir sind einfach nicht auf dem selben Stand der Diskussion. Wir haben eine andere Geschichte von Frauenbewegung würde ich behaupten und sozusagen ich finde ich, also sozusagen seit es keine mehr gibt, seit 2017 diese erste Veranstaltung von Keine mehr und der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Thema gab, wo ja versucht wurde, alle Leute zusammenzubringen, die zu dem Thema arbeiten, was sehr viel Suche benötigt hat und sozusagen seither sind wir schon ein ganz schönes Stück gegangen, also sozusagen es gibt immer mehr zum Thema Femizide, deshalb ich will erstmal die Entwicklung auch positiv beschreiben, die es hier dazu gibt und in Argentinien, also zum einen sozusagen insgesamt in Lateinamerika ist dieses Thema tatsächlich einfach auch schon älter besprochen und gibt es auch leider sehr viele Fälle, die sehr stark in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, jetzt in Ciudad de Juarez gab es in den 90er Jahren schon an der Grenze zu den USA, gab es auch im Kontext von extremer Ausbeutung in der Grenzregion sehr, sehr viele Frauenmorde, sehr, sehr viele Morde an Frauen und die sind sehr stark öffentlich gewesen, wenn auch die Körper öffentlich ausgestellt worden sind. Dadurch war es irgendwie stärker zugänglich. Bei uns findet eben sehr, sehr viel statt, immer noch im sogenannten häuslichen Bereich und hinter verschlossenen Führend. Ich glaube, das ist dann manchmal auch schwierig zu vergleichen. Aber was trotzdem, ich finde, was sehr ernst genommen werden muss, also zum einen diese Debatte, die wir jetzt über Femizide haben, könnten wir nicht machen, ohne die ganzen Analysen und Bewegungen, die es eben vor allem in Lateinamerika dazu gegeben hat. Das finde ich immer wieder wichtig zu sagen, dass wir sozusagen lernen von denen und es auch nicht unsichtbar gemacht werden sollte. Das ist jetzt auch manchmal so ein bisschen der Vorwurf, dass ich jetzt plötzlich die Feministinnen aneignen, Feministinnen aus dem globalen Norden so aneignen, sondern es geht tatsächlich um sich sichtbar zu machen, warum wir überhaupt darüber sprechen können. Und das andere ist tatsächlich, was sie geschafft haben, ist, eine Verbindung herzustellen zwischen der körperlichen Erfahrung und den strukturellen Verbindungen und zwar nicht das eine oder das andere aufzugeben. Also nicht nur über abstrakte Strukturen von Geschlechterverhältnissen und Abwertung und Ungerechtigkeit zu reden und auch nicht nur über ich habe diese Erfahrung und selbst wenn wir beide die haben, bleiben die irgendwie individuell, sondern diese Verbindung zu machen. Und deshalb zum Beispiel finde ich auch dieses Buch von Christina so wahnsinnig stark, weil es genau diese Verbindung auch macht, weil es halt sozusagen erzählt, wie einzelne Menschen das erleben und wie es ihr Leben prägt und gleichzeitig aber sagt, sozusagen wie das mit den Strukturen zusammenhängt und was da der strukturelle Hintergrund davon ist, aber die eben in der Gemeinsamkeit und in Argentinien oder auch in anderen Ländern, wo das stark aufgenommen wurde, auch Italien, wir haben ja auch in der Broschüre einen Teil aus dem italienischen Manifest abgedruckt, die sich auch ganz stark damit außenländer gesetzt haben. Argentinien, Chile, Uruguay, Mexiko, überall dort wurde es gleichzeitig auch noch verbunden mit der Praxis von einem feministischen Streik und das finde ich auch noch mal interessant, also sozusagen eine sehr starke Aneignung von auch diesem klassischen Arbeiterinstrument und zu sagen, auch in dieser Form der Praxis bringen wir das irgendwie zusammen und was ich halt manchmal, also ich bin sehr positiv, wie gesagt, sehr positiv, wie sich die Debatte gerade in Deutschland entwickelt und dass es irgendwie an Fahrt gewinnt und ich finde auch viele Sachen müssen wir für den deutschen Kontext auch nochmal neu besprechen, also deshalb freue ich mich immer auch über Diskussionen und auch über Rückmeldungen zur Broschüre jetzt zum Beispiel, weil das den aktuellen Debattenstand ja nur zeigen kann, viele Diskussionen stehen noch aus und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, wir sind schon wieder so ein bisschen, gehen wir in die Richtung, auf einer abstrakten Ebene zu bleiben und sehr, sehr stark dieses Strukturelle zu machen und zu vergessen, dass es auch eigene, dass es uns auch betrifft, zu sagen, dieses, was auch ein Spruch gerne benutzt ist, wer einem, also, wenn eine betroffen ist, sind wir alle betroffen, dieses Gefühl zu haben, das hat was mit mir zu tun, was da gerade passiert, das fehlt uns manchmal noch, dieser Erfahrungsbegriff, der dann auch verständlich macht, der sozusagen diese patriarchalen und auch kapitalistischen Verhältnisse so wirklich als körperliche Erfahrung deutlich macht und das auch das ist, was sozusagen auf die Straße bringt. Und was ich auch immer so schön finde, ist dieser Protest auf der Straße, die sozusagen lateinamerikanische Feministinnen klar machen, das ist auch so eine Umdeutung unserer Körper, dann sind wir Körper im Kampf, dann sind wir Körper im Protest und nicht nur noch Opfer von Gewalt. Das finde ich auch immer genau immer sehr bewegend und genau und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen stärker zukommen und ich glaube, dann könnte das auch hierzulande nochmal Anderswirksamkeit machen. Und als letzter Punkt, ich glaube, auch das ist das, dass es wichtig ist, eben auch wegen all dem, was Christina gesagt hat, zum Thema Rechtsprechung und wie stark die eigentlich mit einem Diskurs in der Öffentlichkeit zu tun hat, also sozusagen, dass auch die Bewegungsbildung auf der Straße ganz stark ein Moment da drin ist, die Rechtsprechung zu ändern. In einem negativen Beispiel hat man das halt beim Thema beim sogenannten Ehrenmord gesehen, wo es eine öffentliche rassistische Debatte gab und deshalb auch eine veränderte Rechtsprechung in den Fällen. Als Negativbeispiel, aber trotzdem als Beispiel, wie wir auf der Straße auch da drauf, also wie wir sozusagen, wir nicht nur Gesetze fordern können, sondern auch den allgemeinen Diskurs verändern. Genau. Noch ein Punkt, müssen wir nicht vielleicht auch über Scham stärker sprechen, die mit diesem ganzen Thema verbunden ist? Also es gibt ja auch so Organizing-Ansätze aus den USA, in denen jetzt auch in ganz anderen Themenfeldern diese Frage, wie gehen wir eigentlich sozusagen damit um, wenn wir in Lebenssituationen sind, die jetzt nicht diesem Always-Fit und super ununterbrochen, voll einsatzfähig, voll leistungsfähig und so weiter entsprechen. Also wie gehen wir mit Verletzungen um, mit keine Ahnung, Angewiesenheit, mit der Tatsache, dass wir andere brauchen, aber eben auch, dass wir so schwer verletzt, gedemütigt wurden. Also ist nicht irgendwie, also da habe ich so das Gefühl, das ist etwas, was in dem Themenfeld, aber halt vielleicht möglicherweise auch hier weniger, einfach keine politische Kultur, es gibt keine so richtige politische Kultur dazu und das kommt mir so vor, als wäre es dort anders. Wirst du das auch so? Ich glaube, es geht halt um verschiedene Faktoren, also einerseits würde ich dir zustimmen, das hängt auch, auch zustimmen, dass die Kultur ein bisschen sich verändert hat, dadurch, dass insgesamt die feministische Bewegung größer geworden ist und wichtiger und dass man sich bestimmte Sachen, also sozusagen bestimmte Werte oder Prinzipien da auch weitergemacht wurde. Ich glaube, es geht einerseits um eine Scham, aber es geht insgesamt darum, was ist politisch? Also kann ich von meiner eigenen Erfahrung sprechen und anerkennen, dass das politisch ist? Und das, glaube ich, ist jetzt auch nicht nur auch die Frage von, warum traue ich mich nicht, bestimmte Sachen zu sagen, ist ja, weil wenn ich zugehe, mir ist was passiert oder ich habe eine Verletzlichkeit, dann werde ich ja von außen auch als Opfer. Das ist ja jetzt nicht nur so, das ist ja so ein sehr starke, ach, das passt hier nicht rein, das gehört nicht zu unserem politischen Konsens, dass du jetzt plötzlich von deiner persönlichen Geschichte erzählst und dass es da sozusagen eine gute Verbindung gibt, das würde ich schon sagen, ist hier aus meiner Perspektive, die jetzt in Argentinien ist, anders. Aber Christina, vielleicht? Genau, dazu würde ich gerne was sagen, weil ich glaube, Scham ist natürlich ein riesiges Problem in Deutschland, ist einfach, sind Gewalterfahrungen eigentlich nicht sprechbar für die Betroffenen. Es gibt nur, also auch nicht in politischen Auseinandersetzungen, dann ist man ja immer, dann kann man nicht mehr ernst genommen werden. Ich glaube, das ist so die Umkehrung im deutschen Kontext. Und es ist aber auch so, dass wir mit einer riesigen Gegenwehr sofort rechnen müssen. Also es ist nicht umsonst, dass es kaum sogenannte MeToo-Fälle im Kulturbereich, zum Beispiel in Deutschland gibt, weil man sofort massiv unter Druck gesetzt werden wird. Sofort gibt es Anwälte, die einem mit Unterlassungsverfügungen entgegentreten und so. Das ist auch kompliziert. Wir haben tatsächlich eine Entwicklung hier auch, in dem alle sehr, sehr vorsichtig sind, überhaupt darüber zu sprechen, was ihnen widerfahren ist. viele, die auch schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, wenn sie gesprochen haben. Und ich wünsche mir auch, dass wir da alle viel mutiger werden und auf die Straße gehen und laut werden und auch das nicht so mit uns geschehen lassen, was hier alles passiert. Und es gibt so Selbstverständlichkeiten, also diese Selbstverständlichkeit zum Beispiel, dass, ich weiß nicht, dass sich eigentlich jede als Frau gelesene Person Sorgen macht, wie kommt sie nach Hause, was ist mit dem Park, kann ich hier gehen, kann ich das machen. Und das ist schon so ganz drin und es ist noch nicht mal, also es wird so wenig Wut auf die Straße getragen darüber. Und das finde ich, das müssen wir viel mehr wieder diskutieren. Ich glaube, das haben wir eine Zeit lang alle nicht gemacht und sollten wir wieder tun. Okay, danke. Dann danke ich euch dreien jetzt erstmal super für diese ersten zwei Runden. Und genau, vielen, vielen Dank. Jetzt würden wir die Diskussion öffnen. Ich würde jetzt erstmal fragen, ob es jetzt hier in dem Meetingraum Personen sind, die auch sozusagen sich jetzt zu Wort melden wollen. Dann könntet ihr das nämlich tun mit unten habt ihr bei Teilnehmerinnen, könnt ihr so eine blaue Hand, also könnt ihr anklicken, Hand heben. Im Zweifel könnt ihr aber auch einfach in den Chat ein Sternchen oder ein Pluszeichen posten, dann sehen wir das auch. Dann könntet ihr jetzt einfach selbst Fragen stellen. Solange ihr das doch überlegt, ob ihr das wollt, würde ich vielleicht dann mal ein, zwei Fragen nochmal aufnehmen, die jetzt hier in dem Chat schon gepostet wurden. Es sind irgendwie sehr viele verschiedene. Ich fange jetzt mal einfach vielleicht mit zweien an. Also die erste Frage war die nach sozusagen Männern als Opfer. Da war die Frage, dass in den sozusagen Tötungen in Partnerschaft sind es ja irgendwie knapp ein Drittel Männer, die dort auch von ihren Partnerinnen getötet werden. Und wie sich das erklären lässt, ob ihr dazu vielleicht was sagen könnt. Genau, das war so die eine Frage. Und eine andere Frage war die nach der Sichtbarmachung von Tötung von Frauen in politischen Kontexten. Also wie sozusagen jetzt, wir haben ja jetzt relativ viel über Partnerschaftsgewalt oder auch Gewalt im Nahraum gesprochen und relativ wenig darüber, dass es ja auch, also hier wurden jetzt in der Frage vor allen Dingen Kurdistan thematisiert, aber es ist ja auch hier so letztlich, dass wir, ich meine, der Anschlag in Halle beispielsweise hatte ein ganz klar antifeministisches Motiv. Der Täter hat am Ende seine Mutter umgebracht, worüber ich finde, dass ganz wenig gesprochen wurde in dieser ganzen Diskussion um diesen, also sozusagen diese Frage nochmal, sozusagen politische Tötung von, also in der politischen Dimension. Und vielleicht könnt ihr noch kurz dann jetzt in dieser ersten Runde was sagen zu dieser Frage, wie werden eigentlich Zahlen erhoben, nachdem die Bundesregierung da offensichtlich das nicht tut, wo wird das gemacht, wer macht das, Alex hat jetzt schon einen Link gepostet, aber vielleicht könnt ihr dazu noch einen Satz sagen. Und dann würde ich jetzt mal gucken, ob sich sonst noch jemand meldet, der oder die, was sagen möchte. Wie wollt ihr, welche von euch möchte anfangen? Vielleicht mal kurz zu der Frage der Töten Opfer, ja genau, also Männer als getötete in Partnerschaftsgewalt. Genau, vielleicht mache ich das dann einfach kurz. Und zwar, ich finde davon immer total wichtig, wer die Frage ja auch so gestellt ist, wie erklärt man das, dass das dann auch gibt, dann kann das eine, kann ja nicht Frauenhass sein, wenn es auch gegen Männer gibt. Ich würde immer sagen, es gibt ganz wenige Sachen, zum Beispiel auch bei anderen Themen, die wir als feministische Themen bewerten, Altersarmut oder Minijobs oder Teilzeitfalle oder es gibt kaum ein Thema, das sozusagen nur Frauen trifft oder nur als Frauen gelesene Menschen, aber es gibt eben Themen, die Frauen ganz anders und sehr viel stärker treffen. Ich finde, die Aufteilung von 82% zu 18% ist schon sehr frappant und das andere ist, wir wissen halt ganz, ganz wenig über die Tötung. Wir haben halt Zahlen, wir haben Tabellen und wir haben ganz wenig sozusagen die tatsächlichen Erzählungen dahinter oder auch den Verlauf vor Gericht und deshalb ist auch sozusagen innerhalb dieser Tötung können wir annehmen aus dem, was wir kennen, was wir schon wissen oder aus Erzählungen von Frauenhäusern, Beratungsstellen aus anderen Ländern oder aus einzelnen Fällen, die dann doch bekannt sind, dass die Art von Motivation eine andere ist. Das heißt aber nicht, dass Tötungen von Männern nicht stattfinden können. Das ist auch immer wieder, dann gibt es auch immer noch die Erzählung, da ist aber auch leider unbekannt, wie viele das dann am Ende sind, dass es auch manchmal auch Tötungen von Frauen gegen gewalttätige Männer ist. Ich will aber nicht sagen, dass alle darunter fallen. Ich will nur sagen, das gibt es auch noch. Und wichtig ist eben sozusagen die Art und der Grund und die Motivation und genau deshalb brauchen wir halt auch genauere Untersuchungen. Und das auch nochmal, dann will ich auch ganz bei der Gelegenheit die andere Frage aufnehmen zu wie wichtig ist das in der Definition Frauen werden Tötungen an Frauen durch Männern aufgrund von Frauenhass wie wichtig das Männer ist. Das ist tatsächlich unterscheidet sich in den Definitionen, die so von verschiedenen Theoretikerinnen politischen Bewegungen und auch internationalen Organisationen wie jetzt WHO oder UN oder so aufgenommen wird. Ich finde das eine total spannende Diskussion. Ich würde persönlich sagen, ich würde es zurückstellen dieses durch Männer, sondern eher Fragen von vor welchem Hintergrund finden bestimmte Tötungen statt. Aber im Moment ist es sozusagen Teil verschiedener Älter. Okay. Ich möchte eine andere von euch nochmal zu der Datenfrage. Wer erhebt die eigentlich momentan und wie wird das gemacht, wenn es nicht durch die Regierung oder offizielle Stellen und die Frage der politischen Gewalt ist. Waren noch? Ich kann versuchen zu ergänzen, aber ich meine, eigentlich ist das schon alles gesagt. Also dadurch, dass die offizielle Datenerhebung findet wirklich nur im Rahmen dieser Lagebilderfassung statt, die dann jährlich mit der polizeilichen Kriminalstatistik vom Ministerium und Bundeskriminalamt vorgestellt werden. Und da gibt es dann eine Übersicht, welche Tötungen bekannt sind. Da findet sich dann die Statistik der sogenannten Partnerschaftsgewalt. Also da sind dann halt zum Beispiel alle Tötungen drin, die infolge von partnerschaftlicher Gewalt standen sind. Dann gibt es noch die Rubrik Getötete Frauen durch außerhalb von Partnerschaften. Aber auch da sind eben die Erzählungen dahinter, wie Alex eben gesagt hat. Die sind nicht bekannt. Und von daher weiß man nichts über die konkreten Bedingungen und nichts über die Motive. Dann ist es so, dass bisher sich, also ich weiß, vielleicht erinnert dir das, ich hatte das auf dem Chat geschrieben, vor einem Jahr gab das so eine Auflistung Artikel in der Zeit. Ich erinnere das sozusagen auch als den ersten medialen Durchbruch in der Beschreibung auch der Femizide hierzulande, wo verschiedene, wo immer die Geschichte hinter den getöteten Frauen irgendwie aufgeschrieben wurde. Und es machen, das hatten einige reingeschrieben, es gibt eben verschiedene Aktivistinnen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, in akribischer Kleinarbeit die Fälle zusammenzuschreiben, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit, in der Presse genannt werden. Ja. Okay. Christina, hast du jetzt noch zu den Sachen einen Punkt? Ansonsten würde ich noch kurz ergänzend, also wie gesagt, es sind nur die polizeilichen Angaben, alles andere wissen wir nicht. Und in dieser Statistik, die da rausgegeben wird, kommen eben diese ganzen Tötungen im politischen Zusammenhang oder wie auch immer, also ich finde es auch immer schwierig, die einen sind politisch und die anderen nicht, finde ich auch eine schwierige Definition, aber die eben in öffentlichen Auseinandersetzungen vielleicht, um das zu sagen, die kommen da drin nicht vor. Und eben so ein Anschlag wie der in Halle kommt auch nicht vor. Das ist nicht in dieser Statistik. Und wenn wir dann über versuchte Tötungsdelikte nachdenken, da ist das natürlich alles sowieso nicht drin. Und ich finde es sehr gut, was Alex gesagt hat zu denen, aber Männer sind ja auch betroffen, ja, natürlich sind die auch von Partnerschaftsgewalt betroffen, aber da wissen wir eben auch nicht genau, was darunter zu verstehen ist und wer die Täter sind. Und das muss man vielleicht auch immer noch sagen, dass auch die Delikte dann auch in der Rechtsprechung sich immer noch sehr unterscheiden. Also auch die Tötungsdelikte, vielleicht das nochmal, ganz viele vollendete Tötungen werden nach dem deutschen Treibrecht gar nicht als Tötungsdelikt im eigenen Sinn angesehen, sondern als gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge heißt das dann. Das sind nämlich die Fälle, in denen es häufig schon massive Partnerschaftsgewalt vorher gab und dann bei der letzten Tat eben dann die Frau tot ist und dann heißt es, der hatte gar keinen Tötungsvorsatz, der wollte die eigentlich nur so schlagen, wie er sie auch schon immer geschlagen hat und nun ist sie tot. Und das ist dann im eigentlichen Sinn gar kein Tötungsdelikt, sondern es ist eben eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. auch da muss man sehr genau hingucken, wie was definiert wird und das ist eben, also wir brauchen unbedingt tatsächlich diese Motivanalyse, weil es immer noch so ist, dass es immer so heißt, das ist so was ganz Individuelles, natürlich ist es im Gerichtssaal immer was Individuelles, aber nachzufragen, haben die sich eben zum Beispiel, es gibt nie Recherchen, wo haben die sich wo herumgetrieben, im Netz zum Beispiel, haben die antifeministische Seiten angeguckt, haben die sich anderen getroffen und über die Vergewaltigung von Frauen öffentlich gechattet oder was auch immer, also diese Motive sich wirklich mal anzugucken und woher kommt das denn, das brauchen wir unbedingt, um das am Ende auch zu bekämpfen. Ja, okay, danke Christina, jetzt gab es eine Wortmeldung von Christina Wolf, glaube ich, möchtest du was sagen? Ja, sehr gerne, also ich bin Christina Wolf, ich bin eine von den Aktivistinnen, die Daten sammelt und auswertet, ich habe das letzte Woche öffentlich auch gemacht und zwar habe ich die Jahre 2019 und 2020 erfasst, soweit ich durch die Presse überhaupt Kenntnis davon bekommen habe, dazu muss man sagen, dass diese Datenbank, die ich angelegt habe, natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, weil nicht jeder Femizid, nicht jede Frauentötung es zu einer Pressemeldung schafft oder weil viele auch nur in einem kurzen Zeitfenster online veröffentlicht werden oder was wir auch festgestellt haben, dass manche eben eine Meldung bekommen, erst auch auf Nachfrage, da haben wir auch Fälle im April feststellen können. Was ich ganz gerne adressieren möchte, ist auch, dass die PKS in vielerlei mehr Hinsicht ein Dokument ist, was ganz schwierig zu betrachten ist. Also zum einen ist festzuhalten, es ist die einzige Statistik, auf die alle in Deutschland zurückgreifen und hier haben wir einen strukturellen Interessenskonflikt, denn letztlich ist für diese Statistik in letzter Instanz der Bundesinnenminister zuständig. Das ist dieselbe Person, die den BürgerInnen dieses Landes Sicherheit vermitteln soll. Und wer die Pressekonferenz von Frau Giffey verfolgt hat, der hat ja gesehen, was Herr Münch dazu sagt, das ist der politische Offenbarungseid zu sagen, seit wir zählen geschlechtsspezifische Gewalt, stellen wir eine kontinuierliche Zunahme fest. Schlimmer geht es ja gar nicht mehr. Und Herr Münch ist immerhin Präsident des Bundeskriminalamtes. Das ist das eine. Das nächste ist, ich habe viele Sachen beim Bundeskriminalamt direkt hinterfragt, die mir selber überhaupt nicht klar waren. Was gar nicht erfasst wird in der polizeilichen Kriminalstatistik sind zum Beispiel Formen von Kindstötungen als Gewalt gegen die Mutter. Also selbstverständlich wird die Tötung des Kindes erfasst, aber eben nicht als gezielte Gewalt gegen die Mutter. und Sie alle können sich erinnern, im Januar diesen Jahres hatten wir einen Prozess, bei dem ein Mann vor Gericht auch klar artikuliert hat, dass er seinen beiden Kindern Bauschaum in den Rachen gespritzt hat, um die Mutter zu treffen. Also er hat es wirklich deutlich gesagt, dass das ein, die Kinder waren die Waffe, die er eingesetzt hat. Das ist das eine. Wir haben ein ganz großes Dunkelfeld bei allem, was die Presse katastrophaler Weise als erweiterter Suizid bezeichnet. Also erstmal muss man sagen, dass diese Formulierung Frau und Kind zunehmend Kinder Kostum zur Erweiterung des Täters slash Töters degradiert, aber unabhängig davon ist das deutsche Rechtssystem so aufgebaut, dass gegen Tote nicht ermittelt wird. Das heißt, wenn klar ist, wer getötet hat, wann und mit was, dann ist fertig, dann wird auch nicht mehr, also von Dingen wie haben die vorher in frauenfeindlichen Foren getötet, können wir in diesen Fällen nur träumen und es sind extrem viele, die sich suizidieren. Ein weiterer Punkt, den ich hinterfragt habe beim Bundeskriminalamt ist der, wann wird denn eigentlich der Status Quo der Frau erfasst und das ist in vielerlei Hinsicht ganz interessant. Also es ist so, hat man mir es erklärt, dass wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind und die Akte wieder an die Staatsanwaltschaft zurückgeht, das ist der Erhebungszeitpunkt. Das heißt, wenn die Frau eine halbe Stunde später verstirbt, erscheint sie in der Statistik nicht als getötete, sondern wenn überhaupt, dann als versuchte Tötung. Und das BKA unterscheidet ja zwischen versucht und vollendeten Tötungsdelikten. Das spielt, also der Tod der Frau spielt dann in der gerichtlichen Aufarbeitung noch eine Rolle, aber in der Statistik nicht. Ein weiterer Punkt ist, wir sind leider schon über die Zeit und es gibt noch zwei kurze Fragen, die ich aufnehmen würde. Eine Sache noch, eine Sache von Frauen, die auch durchrauschen, das sind die fahrlässigen Tötungen. Also wenn ein Mann sagt, es war ein Versehen, dann wird das statistisch nicht als Tötungsdelikt gegen die Frau erfasst. Ich glaube, das sind Dinge, die man einfach wissen muss, wenn man dieses Dokument betrachtet, was unser aller Gesprächsbasis ist. Okay, ich danke dir. Jetzt hatte ich noch eine Meldung von Jutta Misa. Möchtest du auch hier was sagen? Ja, vielen Dank nochmal, Christina Wolff, für deine wirklich tolle Arbeit. Ich habe lange im Ausland gelebt und als ich zurückkam und mal gucken wollte, wie die Zahlen hier in Deutschland sind, war das sehr schwierig und über deine Arbeit konnte ich das dann rausfinden. Ich würde gerne nochmal was sagen zu dem Problem der Gewalt zwischen Männern und Frauen. Da gibt es noch einen Aspekt, der vielleicht auch zu beachten ist, dass wenn es um Gewalt geht, insbesondere um Tötungsdelikte, dass es tatsächlich die größte Anzahl der Täter sind Männer. auch wenn es um Gewalt gegen andere Männer geht. Das denke ich ist auch nochmal wichtig, dass wir die Täterperspektive nochmal anschauen. Das mag sicher ganz unterschiedliche Gründe haben und liegen sicher zum Teil auch in unseren patriarchalen Strukturen. Das war so ein Punkt. Zur politischen Gewalt würde ich gerne nochmal ergänzen, dass es in Deutschland zu einer Zeit, an der man gedacht hat, dass sehr viele Menschen Opfer von Terrorismus werden, besondere Gesetze kreiert wurden, um diesem besonderen Problem eine besondere Art zu bearbeiten zu geben. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt. In wie weit seht ihr das eigentlich für wichtig und sinnvoll, dass es in Deutschland vielleicht endlich auch mal ein Gesetz gibt für genderbasierte Gewalt, für geschlechtsspezifische Gewalt. Ich kenne ziemlich gut das Gesetz in Spanien. Ich kann jetzt auch nicht so sagen, weil es dieses Gesetz gibt, gibt es weniger tote Frauen. Aber das Gesetz ist auch nicht umfassend genug. Das bezieht sich auch nur auf Partnerschaftsgewalt und auf Ehemaliger. Es müsste wirklich noch ausgeweitet werden auf viele andere Felder. Aber was hat es gebracht? Es hat Transparenz gemacht in den Zahlen. Diese Zahlen werden täglich oder fast täglich oder mit jedem Fall über die Medien verbreitet. Das heißt, jeder Mensch ist sich eigentlich im Klaren, wie viele Opfer es in diesem Jahr schon wieder gibt. Das hat auch nochmal Wirkungen auf die Medien gezeigt, dass die Berichterstattung anders ist. Es gibt in Spanien eigentlich keine seriösen Medien, die wegen leidenschaftlicher irgendwie oder so Familien oder von häuslicher Gewalt sprechen, sondern man spricht immer von geschlechtsspezifischer Gewalt. Es hat gebracht Fortbildung für Richter, Anwälte, spezielle Gerichtsverfahren und Polizei und es hat für die Opfer sind andere Ressourcen vorhanden, andere Mechanismen und natürlich ist das Ganze auch im Haushaltsplan irgendwie berücksichtigt werden und als allerletztes ist es auch als Opfer rechtsspezifischer Gewalt in die Statistik mit reingehen. Das war's. Die Verbindung war zum Teil sehr schlecht, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt alles gut verstehen konntet, nicht so richtig, war? Also es ist leider eh so, dass uns die Zeit wegläuft. Ich würde jetzt noch zwei ganz kurze Fragen aus dem Chat aufnehmen, damit sie nicht verloren gehen und dann würde ich euch jeder noch zwei Minuten Abschluss Statement geben und dann müssen wir glaube ich zum Schluss kommen hier jetzt und zwar es gab noch zwei eher kleinere Fragen, die eine bezog sich darauf, ob eigentlich dieses sexuelle Gewalt demnächst in sexualisierte Gewalt mal geändert wird in den Gesetzestexten, ob es da irgendwelche Anzeichen gibt, das geht wahrscheinlich an dich Christina und die andere Frage war, wie es eigentlich mit Prävention hinsichtlich Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern aussieht, also ob eigentlich in Schulen was gemacht wird, auch gerade mit Blick auf das Problem von Social Media Chats in den Schulen Klassen Chats und so weiter, wo das ja auch ein großes Problem ist. Wir müssen eine Folge Veranstaltung machen, das sagt Conny genau. So, jetzt, wie fangen wir an? Christina, fang doch du mal an und dann Conny und dann Alex. Jetzt als Schlusswort oder als Genau, also die beiden Fragen noch beantworten und was immer dir noch auf dem Herzen liegt. Genau, also vielleicht die beiden Fragen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich spreche immer von sexualisierter Gewalt, ob der Gesetzgeber das ändert, keine Ahnung, ob es da Bestrebungen gibt, ich glaube im Moment gibt es eine starke Gegenwehr und und die meisten sagen, es geht doch um Sex, auch das ist natürlich ein großes Problem, dass da immer noch so wenig Wissen ist. Die Ausbildung oder Prävention insgesamt ein großes Problem, ich glaube es gibt, aber das weiß ich eher, weil ich auch drei Kinder an Schulen habe, sehr wenig, was über Partnerschaftsgewalt in den Schulen überhaupt besprochen wird, über geschlechtsspezifische Gewalt, es gibt so ein bisschen was zu sexualisierter Gewalt und das ist manchmal sehr gut, manchmal auch nicht, aber gerade die Gewaltverhältnisse innerhalb der Familien wird ja auch in den Schulen immer noch sehr, sehr wenig behandelt. Und ich denke, insgesamt müssen wir, vielleicht das als Schlusswort, ich glaube wir müssen sehr intersektional immer denken, wir müssen über die verschiedenen Mechanismen denken und nicht also deswegen, es geht sowohl um die in der Öffentlichkeit die Gewalt, es geht darum, die besonders vulnerabenden Gruppen auch wirklich immer mit im Kopf zu haben, also auch das im Gericht, Rassismus ist natürlich auch wahnsinnig weit verbreitet, also und Frauen, die eben sowohl von rassistischer Gewalt als auch von sexualisierter oder geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, die haben kaum Zugang überhaupt zum Recht, die kommen da überhaupt nicht hin, weil sie so viele Hürden zu überwinden haben, darüber müssen wir viel nachdenken, wir müssen aber natürlich auch darüber nachdenken, wie begrenzt immer noch unser Hilfesystem ist, wir haben wunderbare Frauenhäuser, wir haben wunderbare Frauenberatungsstellen, aber die sind immer noch nicht hinreichend ausgestattet worden, das haben wir schon gehört, das ist natürlich eigentlich unglaublich, dass es in einem so reichen Land wie in Deutschland immer noch müssen die um ihre Stellen kämpfen, aber wir brauchen eben viel mehr, wir brauchen das, was jetzt in diesem Antrag auch drin steht, diese Anfangs- oder Starthilfe, natürlich geht es darum, Frauen sind in häufig sehr massiven Abhängigkeitsverhältnissen zu den Tätern und es reicht eben nicht zu sagen, da gibt es einen Frauenhausplatz, weil alle auch wissen, das ist nichts auf Dauer, sondern wir brauchen eine echte, also echte Möglichkeiten, Perspektiven für die betroffenen Frauen, um da rauszugehen, wir brauchen echten Schutz, auch der ist überhaupt nicht wirklich gegeben, sondern es wird meistens, also in dem Moment, in dem es dann zum Beispiel auch noch gemeinsame Kinder gibt, ist der Schutz einfach dahin, dann gibt es nämlich Umgang und dann ist die Gefahr wieder riesengroß und ich glaube, wir brauchen eben insgesamt und da führt kein Weg vorbei, wir brauchen eine Abschaffung des Patriarchats, um das mal kurz zu sagen, um nämlich, genau, weil wir brauchen Gleichberechtigung, um das alles zu verändern, so und wenn wir immer nur an diesen kleinen Stellschrauben und sagen, wir brauchen hier nochmal zehn Frauenhausplätze mehr, das wird es am Ende nicht bringen, wir brauchen eine Bewegung, die tatsächlich dafür kämpft, dass wir patriarchale Strukturen auf allen Ebenen abschaffen. Es wäre jetzt eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort gewesen, aber Conny, du willst vielleicht das noch toppen? Ja, das ist jetzt noch toppen, nein, die nehme ich nicht an, Christina will ich gar nicht toppen, nur zwei Sachen vielleicht ergänzen, weil ich hatte gesehen, da war auch noch eine Frage an mich gestellt, nämlich erstens, warum das so lang gedauert hat, dass die Istanbul-Konvention ratifiziert wurde, also einer der Gründe liegt schlicht und ergreifend darin, dass erstmal Bedingungen geschaffen werden mussten, damit sie ratifiziert werden kann, deswegen gab es unter anderem auch die Änderungen des Sexualstrafrechts in die Nein heißt Nein Regelung und ich könnte, kann auch nur vermuten, dass es vielleicht auch intern in der Bundesregierung da noch ein paar Debatten gab, um die Vorbehalte, auf die sie sich dann verständigt haben, weil es gibt ja immer noch zum Beispiel den Vorbehalt des eigenständigen Aufenthaltsrechts für Migranten. Zu dem Punkt sexualisierte Gewalt statt sexueller, also ich sehe da auch keine Gesetzesänderung, also ich ärgere mich regelmäßig im Bundestag auch drüber, dass von sexueller Belästigung gesprochen wird anstatt von sexualisierter Belästigung, ich glaube, das Problem wird einfach nicht gesehen und was ich aber noch zwei Sachen, die ich ganz gerne so auch gerne mit euch weiter diskutieren würde, dann irgendwann der eine Punkt ist ja angesprochen worden, inwieweit wir vielleicht auch ein neues Gesetz brauchen oder generell die eine oder andere gesetzliche Regelung, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr skeptisch, immer nach weiteren Verrechtlichungen zu streben, deswegen habe ich auch eine etwas differenzierte Haltung, zum Beispiel wenn es um Forderungen geht, wie Catcalling zum Beispiel im Strafrecht oder so oder im Ordnungswidrigkeitenrecht zu verankern, weil ich glaube, dass auch diese Verrechtlichung und der Ruf nach der Regelung im herrschenden Recht ein bisschen uns auch von den Protesten oder von der Organisation der Proteste abhält, also gar nicht bewusst, aber unbewusst, wenn der Schrei oder der Ruf nach Verrechtlichung kommt, da ist mir dann immer der Ruf nach den Protesten und der Kollektivierung, dem kollektiven Durchbruch dann näher und das wäre auch meine letzte Frage, ich glaube, wir müssen unbedingt daran arbeiten, dass wir uns vernetzen, dass wir die Themen transparent machen, dass wir deutlich machen, dass es eben kein individuelles Problem ist, mit dem sich da viele, viele Frauen Sternchen rumschlagen, sondern das so wie Alex das so schön gesagt hat, wenn eine betroffen ist, sind wir alle betroffen, das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg, weil wir sind ja nun mal Stützen der herrschenden Moral in unserem Land, aber indem wir selber dazu beitragen, können wir irgendwann vielleicht den kollektiven Durchbruch schaffen. Und jetzt muss ich noch mal eins draufsetzen. Ich wollte gerne für so ein Konkurrenten Abschluss Podium entschuldigt. Nein, mehr als Verträger abschaffen und Widerstand kollektivieren habe ich tatsächlich auch nicht mehr zu bieten. Ich wollte nämlich auch, wie Conny gerade auch schon darauf hinweisen, auf den auf die Frage von Wann kommt denn das Gesetz? Also auch in Spanien ist das Gesetz ein Ergebnis von Bewegung, ein Ergebnis von Organisation und sozusagen das, was das regelt, ist vorbereitet worden aus der Bewegung heraus. Und ich glaube, das ist ganz, ganz arg wichtig zu sehen, dass es sozusagen viele Sachen, wie zum Beispiel berichtet wird, also diese Frage, es wird nicht mehr von leidenschaftlicher Tötung oder das, was hier halt dann, also Eifersuchtstrauma und so weiter, das ist vorbereitet worden. Also, dass das nicht mehr genannt wird, hängt bestimmt, ich denke auch, dass Gesetze verstärkenden Charakter haben, wenn es nochmal mehr Menschen dann erreicht, wenn sowas im Parlament gesprochen wird, aber andererseits, das ist nur deshalb, weil es den Druck von außen gab. Und ansonsten wäre es auch nicht wirksam. Also, man kann ja auch Presse nicht vorschreiben, was sie in den meisten Fällen nicht, was sie schreiben. Genau, deshalb, ich bin auch absolut für kollektive Organisierung, um das Patriarch abzuschaffen, also diese beiden Sachen zusammen. Und ich freue mich deshalb super, super arg über die rege Beteiligung heute und hoffe auch, wie Conny schon gesagt hat, dass wir weiter diskutieren. In ganz vielen unterschiedlichen, deshalb möchte ich auch nochmal meine Empfehlung für den Forderungskatalog, den Daria gerade von Damiqra reingestellt hat, auch nochmal darauf verweisen, weil Damiqra gerade auch nochmal eine europaweite Vernetzung dazu anstößt. Also, auf unterschiedlichsten Ebenen geht es gerade voran. So, wunderbar, dann genau, danke ich euch sehr für diese super interessante Veranstaltung und dass ihr euch die Zeit genommen habt, Christina, Conny und Alex und ihr anderen natürlich auch alle, vielen Dank und dann überlegen wir, wie wir demnächst weiter diskutieren dazu. Danke, bis dann, tschüss. Tschüss. Ciao. Bianca tschüss. Vielen Dank.